Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein Eine-Woche-am-Arm-Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeit-Fazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen bei Watchmaxs Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einem Langzeit-Fazit. Heute geht es um die Jean-Marcel Accuracy. Ich halte sie mal etwas länger in die Kamera und dann könnt ihr schon sehen, was mir nicht gefällt. Ich habe die Uhr jetzt 13 Monate bei mir im Besitz und nach 13 Monaten zeigt mir die Batterie die End-of-Life-Anzeige. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob mir Jean-Marcel eine alte Ladenhüteruhr verkauft hat, wo die Batterie schon ein bisschen ausgenudelt war. Oder aber, ob diese Uhr tatsächlich ein dermaßener Batteriekiller ist, dass die Uhr nur 13, 14 oder 15 Monate hält. Beides ist etwas, was mir nicht gefällt. Egal, was die Erklärung dafür ist, beides gefällt mir nicht. Ich möchte, wenn ich eine Uhr neu vom Hersteller kaufe und die ist direkt von Jean-Marcel gekauft, also nicht Grauhändler, Zwischenhändler irgendwo, sondern direkt von Jean-Marcel, dann möchte ich eine Uhr haben, die im bestmöglichen Auslieferungszustand kommt. Ich unterstelle mal, dass das der Fall war. Dann muss ich konstatieren, dass die Uhr Batterie saugt ohne Ende und ich habe keine Lust auf eine Quarzuhr, wo ich jedes Jahr oder alle 15 Monate die Batterie wechseln muss. Egal, wie schön ich die Uhr finde, egal, wie gut mir das Blau gefällt, egal, wie schön flach sie ist, egal, wie super der Rückwand ist, auch völlig egal, dass es sich hier um einen Quarzkronometer handelt, das ist mir alles egal. Ich werde diese Uhr definitiv über kurz oder lang verkaufen, weil ich keine Lust habe, regelmäßig in so kurzen Abständen die Batterie wechseln zu müssen und ich habe noch viel weniger Lust, eine Uhr in der Box liegen zu haben, die nicht funktioniert. Ja, sehr schade eigentlich, weil es eine wunderschöne Uhr ist, die mir vom Design her immer noch richtig gut gefällt. Die am Arm sich fantastisch trägt, hat ein sehr schönes Glas mit einem Mystery-Logo. Am Ende verlinke ich euch eine Woche am Arm und ein Review, wo ihr das drin sehen könnt. Sie ist super leicht, echt komfortabel zu tragen am Arm, wirklich schön. Leider mit der Batterie bzw. dem Auslieferungszustand, sucht euch aus, was mich daran stört. Nicht mein Ding und nichts, was ich längerfristig behalten würde.